Hallo und hereinspaziert, herzlich willkommen bei den Gaming News der Woche. Wir starten in den Juli und der startet langsam. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn dafür können wir heute das Video den kleineren Storys widmen und eine kuriose Geschichte habe ich für euch mit dabei. Bevor ich die erzähle, gibt es aber erstmal den Launch von The First Descendant, die ersten Inhalte zur anstehenden Gamescom, Assassin's Creed Remaster bzw. Remakes. What? Ja, richtig gehört, kommen wir gleich dazu und dann auch noch einen kleinen Konami-Fail. Jetzt geht es aber los mit The First Descendant. Würde ich sagen, wenn ich es spielen könnte. The First Descendant ist diese Woche erschienen. Ziemlich gewagt, so kurz nach Destinys Final Shape einen Looter-Shooter zu starten, aber zum Launch am 2.7. schießen die Spielerzahlen in die Höhe. Grandioser Start, ja, wenn da nicht ein Problem wäre. Tatsächlich schon am zweiten Tag wurden die Server offline genommen für eine Wartung, denn scheinbar hat Nexon mit echten Problemen zu kämpfen. Entweder haben sie nicht mit der hohen Spielerzahl gerechnet oder schlichtweg einfach die Server nicht ausreichend vorbereitet. Das führt natürlich zu etwas Frust bei den Spielern, die gerne einsteigen würden. Die anfangspositive Wertung auf Steam ist seitdem konstant am sinken, auch wenn die Spielerzahlen immer noch oben sind. Gelobt werden unter anderem Grafik, Gameplay und die Individualisierungsmöglichkeiten für den Charakter. Hm, woran das wohl liegen könnte? Kritisiert wird in Punkt und Design aber oft eintönige Missionen und ein Spielablauf, der wenig Langlehmigkeit verspricht. Tatsächlich wohl aber auch sehr drastische Datenschutzeingriffe in den Terms of Service sowie die scheinbar überteuerten Mikrotransaktionen. Unsere Review ist aktuell in Arbeit, deshalb möchten wir diese Aussagen derzeit noch nicht gewichten, aber auf Steam gibt es im positiven Bereich Wertungen wie 80% Warframe, 20% Destiny oder eben, dass es eine angenehme, vertraute Abwechslung zu Warframe ist. Bei den negativen Bewertungen geht es um die übergriffigen Terms of Service, übertriebene Mikrotransaktionen, die mehr predatory sind als Drake. Came for the gameplay, stayed for the booty. Falls ihr zu denen gehört, die das Spiel aber spielen können und Spaß damit haben, dann erwarten euch laut Roadmap für die kommenden Monate zahlreiche Inhalte. Die aktuelle Preseason wird im Anschluss durch zwei Seasons fortgeführt, wo euch neben neuen Dungeons auch weitere Descendants erwarten. Und natürlich mehr Skins und Waffen. Die erste vollwertige Season soll ab Ende August bis Dezember halten und im Dezember zum Jahresende folgt dann Season 2. Drücken wir Nexon mal die Daumen, dass wir die Probleme in den Griff kriegen und The First Descendants sich einfach mal selbst beweisen darf. Aber nicht nur die erste Season des Spiels startet Ende August, sondern auch die Gamescom. Mein persönliches Jahreshighlight freue ich mich doch immer wieder aufs Neue auf die Messe und zeige mich mal wieder von meiner besten Seite. Ich habe hier die Laura und wie ihr sehen könnt, kennt ihr sich ein kleines bisschen mit Tattoos aus, aber nur minimal. Und wir machen jetzt folgendes, sie darf sich aussuchen, was ich mir stechen lassen werde. Das Ding ist nur, alles außer Gesicht. Okay, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, dann zieh dich aus. Wir sind natürlich wieder in den Vorbereitungen für unsere Beiträge und falls ihr euch gewisse Inhalte, Challenges, witzige Ideen oder andere Formate von der Messe wünscht, ist jetzt eure Chance die in die Kommentare zu schreiben. Leute, ihr wisst, ich bin für jeden Spaß zu haben, aber ich werde mir mit Bedacht aussuchen, was von diesen Kommentaren ich auch umsetzen werde. Weil wir aber die größten Inhalte natürlich wieder in Vlogs packen werden, haben wir schon nachgeschaut, wer denn bisher bestätigt auftreten wird. Wir wissen beispielsweise, dass Capcom nicht nur auf der Messe sein wird, sondern auch mit Monster Hunter Worlds vertreten sein wird. Unsere Anfrage ist schon raus, bitte nimmt sie an, bitte. Ebenfalls anwesend sind Ubisoft und Bandai, Blizzard, Funcom, THQ Nordic und auch Xbox. Die hatten letztes Jahr den eigenen Rekord für größten Xbox-Stand gebrochen und wollen dieses Jahr sogar noch größer auftreten. Bestätigt sind Age of Mythology, Avowed, ARA History Untold, Diablo 4, Vessel of Hatred, Tezo, Fallout 76, Towerborn und World of Warcraft The War Within. Ich denke aber auch, dass da noch ein paar Spiele dazukommen, beispielsweise Stalker 2, das ja kurz nach der Gamescom erscheinen wird. Ich werde also wieder wie ein kleines Kind auf der Messe umherlaufen und versuchen alles gleichzeitig zu zocken. Steuere ich deine Konzentration? Nee, passt schon, ich bin Rhythm-Gamer. Geht es so? Rhythm-Gamer. Geht es so? Geht es so? Geht es so? Hast du Zeit für ein Interview? Ja, kann man machen. Ich bin sogar im Rhythm-Gamer ausgewichen. By the way, falls ihr auch auf der Messe seid, das Gamer Campus Team erkennt ihr an den Gamer Campus T-Shirts, sagt gern Hallo. So, was ist euer Lieblings Assassin's Creed? Ist es die legendäre Story von Ezio Auditore da Firenze? Oder vielleicht doch in hohe Seestechen mit Edward Kenway? Der Grund, warum ich das frage, ist, weil Ubisoft scheinbar Remaster und oder Remakes zu älteren Assassin's Creed Spielen plant. Und weil explizit Skull & Bones Mechaniken genannt wurden, ist Black Flag gar nicht so unwahrscheinlich. Irgendwie ironisch, Skull & Bones wurde gestartet als das Spiel, das die Seeschlachten in Black Flag zu seinem eigenen Werk ausbauen sollte, ist aber so hart gescheitert, dass es jetzt quasi als Rahmen für ein Remake der Inspiration dienen könnte. Naja, wie auch immer. Ein Remake zu Black Flag würde ich aber tatsächlich feiern, denn die Abenteuer von Edward Kenway waren schon ziemlich genial und die in aufpolierter Fassung zu erleben, das wäre schon cool. Apropos Assassin's Creed. Shadows Release rückt immer näher und Ubisoft hat hier eine Dubbing Challenge gestartet, bei der ein Gewinner dann am Ende einen NPC aus dem Spiel sprechen darf. Wäre natürlich cool, das zu tun, deshalb habe ich mitgemacht. Meine eigene Performance findet ihr am Ende des Videos, die hänge ich euch hinten dran. Jetzt aber noch ein paar News im Schnelldurchlauf. Konami ist aktiv dran, das Metal Gear Franchise wiederzubeleben. Neben der Masters Collection ist ja bekanntlich auch ein MGS3 Remake in Arbeit und deshalb hat das Unternehmen Feedback eingesammelt und dabei harsche Worte hören müssen. Das Ganze ging etwas nach hinten los mit Aussagen wie ihr habt Metal Gear gekillt oder ihr seid schlechteren zu Remasteren und sie würden vermutlich auch kommende Inhalte nicht gut abliefern können, weshalb sie es auch gleich lassen sollten. Harsche Worte. Allerdings darf Kritik auch gerne etwas konstruktiver sein, Leute, auch wenn ich den Frust insbesondere für die Masters Collection nachvollziehen kann. Ihr habt das vielleicht nicht gewusst, aber das Watch Dogs Franchise bekommt einen Film. Das Ubisoft Spiel reiht sich ein in die anstehenden Spieleverfilmungen und wie nun offiziell bestätigt wurde, hat die Produktion auch begonnen. Erzählt wird eine eigene Storyline im Universum, das die Hacker-Spiele aufgebaut haben. Zu guter Letzt ist es nun auch offiziell. Auch wenn das keinen überraschen dürfte, dass Resident Evil 9 in Arbeit ist. Übernehmen wird das Projekt Koshi Nakanishi, der auch Resident Evil 7 anführte. Finde ich gut, denn Resident Evil 7 hat mir mehr gefallen als Resi 8, gerade weil einfach mehr Horror drin war statt Action-Spektakel. So, jetzt die versprochene Abschluss-Story. In der UK gibt es eine ziemlich starke Gesetzeslage bezüglich Messern. Das Ganze als Antwort auf steigende Fälle von Messerattacken. Ein Mann hat gedacht, sein Master Sword Replica aus Zelda fällt dann nicht runter. Auch wenn das nur Spielzeug ist, konnte besagt der Mann die Polizei, die ihn damit verhaftete, nicht davon überzeugen. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Mann in England wurde verhaftet, weil er mit einer Legends of Zelda Master Sword Replica rumgelaufen ist. Aufgrund der Null-Toleranz-Politik geht es aber noch weiter. Denn nicht nur wurde unser Real-Life-Link in Gewahrsam genommen, nein, er wurde auch zu vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. So schnell kann es gehen. Ich habe doch gesagt, es gibt eine kuriose Story zum Ende. Das waren aber die Gaming-News für heute. Eine etwas ruhigere Woche, aber trotzdem danke fürs Reinschauen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, damit könnt ihr mich supporten. Und ich würde mich drüber freuen. Wie versprochen gibt es jetzt noch das Assassin's Creed Dabbing Challenge Video im Anschluss. Aber ich sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und das hat lang gedauert, Pissbot. Der Leck. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Temperern ist nur ein Amenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du, dass das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu Neuer macht. Nein. Masjaf. Monte Regioni. Die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf. Stärker als zuvor. Aber nun. Wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstreckten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein. Ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können gemeinsam Du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Also machen wir Folks.